Ghost Town Games, Team 17, Unity, Overcooked Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Episode 1LP und mir Ah, wir wollen ein neues Spiel Ah, okay Das geht ja nicht, wenn du... Nein, das Problem ist, einer muss mit Controller spielen dann Dieser gleiche Schwachsinn wie bei den anderen Spielen, ich verstehe es nicht Ja Ja Ich glaube, du musst jetzt die Leertaste nochmal drücken, oder? Ja, achso, nochmal? Ja Okay, warum nochmal? In einer nicht sehr weit entfernten Zukunft Was sind das? Hackbällchen, die vom Himmel fallen, oder? Das sieht irgendwie eklig aus mit diesen Beulen da dran Ja, ich musste gerade an dieses 20-Grad-und-Takt-Bällchen, wie hieß dieser Film? Gesundheit Was? Das ist eine stotternde Zwiebel Okay, das ist es Achso, ich muss drücken Das Ende der Zeit Die Bestie nähert sich und wir müssen handeln Wieso ist die Bestie Zwiebel? Alles, was jetzt noch zwischen dem Zwiebelreich und der totalen Vernichtung steht, seid ihr Wuff Kevin Kevin hat recht, wir müssen zusammenarbeiten, um das Biest zu füllen Habt ihr das gespürt? Wo bin ich überhaupt? Links, ne? Wieso bin ich blau? Oh Gott Ich bin das Nudel-Bolognese Der ewig machten, der ist erwacht Wir müssen schnell handeln Und was mache ich jetzt? Hallo Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss Ich warte hier, glaube ich, auf dich Ich weiß es nicht Achso, ich muss dir das geben Achso, mit Leertaste, okay Ähm Was ist das? Was ist das? Ist das Salat? Ja, das ist Salat Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich das denn? Du musst irgendwas tun damit Ich kann das nur liegen lassen Ah, ah Mit, ähm Keine Ahnung, was das für eine Taste ist Mit meinen kleinen Fingern Ja, du sollst das aber auch tun Nein, du sollst das auch auf die Teller tun Achso, sag das doch Oder? Da, mach drauf Fütter ihn, fütter ihn Hey, hey, hey Ich hab Trinkgeld gekriegt Steuerung war das genau Wie du hast Trinkgeld bekommen Jawohl Geht weiter So läuft das Arbeitet die Bestellung am oberen Rand Achso, du mach weiter, wenn ich lese Äh, des Bildschirms ab Wir werden die Bestie schon noch bezwingen Salat, Schatz, Salat Nicht wie ein Bekloppte in der Gegend herumlaufen Achso Salat Ach, da sind die Bestellungen Hab ich gar nicht geguckt Achso Äh, ich brauch einen Teller Ich brauch Teller Nein Doch Scheiße, ich kann gar nicht drauf machen Ich kann gar nicht arbeiten Warte, warte Äh Schneller Schneller Ja, Salat Ich glaub, du brauchst einen normalen Salat Ohne alles, oder? Stimmt Ich hab keine Ahnung Das Ich brauch einen Teller Teller Schnell Warte, warte Kommt doch noch was dazu Nein Nein Jetzt, jetzt brauche ich die anderen Achso Okay Moment Jetzt, wo muss ich ja alles alleine machen, oder was? Jetzt, schneller So geht das nicht Hier, da, zackig Pronto, pronto Ich drücke hier mal die falschen Tasten Oh Gott, ey Ich mach das nächste Mal Controller Das gibt sowas von Scheiße mit Tastatur Kann man das umstellen? Was brauchen wir denn überhaupt? Ach, ich guck gar nicht Ich nimm einfach alles, was hier so Was hier so liegt Ich mach das gleich Ich brauch mal einen Salat da drauf Da muss noch ein Salat drauf Hallo Da hab ich doch schon Da ist beides drin Also, äh, das sieht so cool aus Oh, Teller Teller, schnell Ja, der macht nur mal einen Warum kann ich nicht mehrere Teller nehmen? Oh Nein Du bist zu langsam, Schatz Mach weiter, mach schneller Ich bin zu langsam Du Oh, scheiße Ich brauch einen Teller Nein Es hat keinen Zweck Die Bestie ist Nicht satt zu bekommen Schnell Ins Zeitportal Wir sind des Todes Heißt das jetzt Wir haben versagt? Seid gegrüßte Freunde Oh, guck mal Der spielt einfach auf der Konsole da hinten Es ist offensichtlich, dass ihr nicht bereit wart, euch der Bestie zu stellen Ja, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir machen mussten Eure Kochkünste waren mangelhaft Hallo? Und eure Zusammenarbeit beklagenswert Ja, also ich wollte nur nochmal berintern Der Typ hat mir keine Teller dahingestellt Ich hab keine bekommen Es gab nur immer einen In der Gefährten hat er mir einen Teller hingestellt Achso, der macht das danach erst? Ja Aus diesem Grund habe ich euch zurück in das Jahr 1993 gebracht Scheiße Gab's da schon Handys? Ihr müsst euch zum Zwiebelreich aufmachen Bereist die Welt Verfeinert eure Fähigkeiten Meistert die altertümliche Kunst des Kochens Der redet mit mir, das ist jetzt ein Witz, oder? Nur dann werdet ihr in der Lage sein Diese Welt vor ihrer dunklen Zukunft zu bewahren Seid tapfer, meine Freunde Und viel Glück Wo soll man hin? Hallo, warte mal Was hab ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich bin runtergelaufen Drücke T, um die Einstellung für den geteilten Controller auf Was ist ein geteilter Controller? Nein Wie geteilt Achso, wenn du an einem Ding zusammenspielst Ah, wollen wir nicht Und jetzt? Das hättest du auch mit dem Controller spielen können Moment Moment Wie ging das? Geh nochmal zurück Ja, wie? Guck dir mal an, was ich alles beherrschen muss Die ganzen Tasten Und du hast nur X und A Und dann kriegst du noch nicht mal hin Mit dem Teller hinzustellen Ja, weil das viel zu langsam gegessen Da kann ich ja nichts für Ja, ja, das ist schon klar Warte mal, Zwiebelhaus Intro Achso, ich kann mit dem Bus fahren Apokalypse Intro Ich glaube, das waren die Sachen, die wir gemacht haben, oder? Level 1 nehme ich mal an So, warte mal Leertaste Leertaste Guck mal Ja Ich bin immer noch ein Mädchen, so Wenn man das Mädchen nennen kann Ja, aber du kannst A drücken Nein, du hättest A drücken können Ne, konnte ich ja nicht Stand aber da So macht man eine einfache Zwiebelsuppe Dreimal auf die Zwiebel niesen Einmal die Zwiebel in der Mitte teilen Alles zusammen mit dem Schnodder in den Kochtopf Und dann Umschütten in einen Topf Also was heißt das jetzt? Drei Zwiebeln muss ich da reinwerfen Nämlich mal an Dreimal die Dinger da Ja, ja Wir versuchen es einfach mal Wir machen es ja eh zusammen Dann kannst du mir helfen Ne, ich mach nichts So Mach was Ich hab gar nichts Oh, ich fülle dir mal die Zwiebeln Ich baue Zwiebeln Wo sind die Zwiebeln? Ja, die sind hier drinnen Aber ach so Ach so Die kann man da raus Ah, verstehe Ah Okay, perfekt Und jetzt? Wie kann ich die Dings? Äh, mit Was ich nicht Mit der anderen Taste Ah ja Ich weiß nicht, was ist bei dir alles Mach du mir die mal klein Und ich lege die dann rein, glaube ich Du kannst ja nicht nach unten, oder? So, warte mal Einmal Zwiebel Zweimal Zwiebel Und jetzt liegt der wieder auf der faulen Haut Da müssen wir wieder was holen So Zack Äh, hast du die Teller bei dir? Ja Äh, ich muss die auch ausgehen Auf jeden Fall Warte Muss ich damit da hin? Ja Okay Okay, perfekt Einen hab ich fertig Einen hab ich fertig Gebär, Gebär Pronto, pronto Wir müssen das aber irgendwie ein bisschen besser Achso, die musst du ja behalten Ich hab ja noch gar nichts zum weitermassen Du musst mir die Teller geben Mach schneller Ja, die Teller liegen Ah Schmutzige Teller müssen im Spülbecken Äh, gerein Achso, das ist rechts Ja, muss ich mir die dann zurückgeben Oder muss ich Äh, musst du das Äh Ja, das kann einer von uns machen Aber ich hab die Ich hab die ja nicht bekommen Ich hab dir doch nur einen Ich hab dir doch zwei Gib mir doch mal einen Teller hier Nein Doch Ich hab dir doch schon zwei gegeben Du musst sie dann aber irgendwie auch wieder zurückholen Oder so Weiß ich jetzt nicht Ach, du kannst sie auch machen Ach, kann ich auch nach unten laufen Aber das ist ja irgendwie Äh, einmal Einmal Zwiebeln brauche ich noch Ich hab keinen Platz mehr Wieso muss ich die ganze Arbeit da nicht machen? Ja, weil du eben so voll auf der Haut gelegen hast Ja, ja So hier, Zwiebelsuppe ist fertig Bronto, Tisch 8 Nein Oh, schalte Nein Du sollst die da reintun Blödmann Blödfrau Oder Zwitterwesen Was auch immer du bist So, Moment Nee, den brauche ich noch nicht Ich brauche erstmal die Zwiebeln Ich hab nix mehr zu tun hier Ich reiß dem schon die Sachen aus der Hand raus Wir haben hier Bestellungen Ja, du kannst ja auch mal was anderes machen Außer da Zwiebeln hinzulegen Hallo Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, du sollst hier runterkommen Und die Teller wäschen dahin Das stimmt, ich kann ja Die Teller wäschen Waschen Geh mal weg da Wie denn? Äh, macht er das automatisch? Achso Ah Nein, die kocht über Du sagst, ich soll die machen Scheiße Ja, der muss natürlich aufs Essen aufpassen Ja, ja, ja Jetzt soll ich hier alles alleine machen Weißt du, du machst nix Da liegt noch ein Teller Hatte ich dir schon gesagt, dass das sehr hektisch werden wird Das Spiel doch, das hatte ich dir eben gesagt Ah, das ist ja jetzt schon ätzend Warte mal Achso, da fehlt noch einer So So Das darf wahrscheinlich nicht anbrennen, nehme ich mal an Weil das so komisch am Piepen ist So, zack So Mach mal den Teller sauber Äh, ich bin schon dran Also du kannst ihn ja mal da reinstellen oder so Kann ich den Na gut, den kann ich auch nehmen Okay Nein, nein, nein Den will ich noch machen Schnell Schnell Ich sehe hier drei Sekunden Scheiße, nein Ich warte hier noch Ewigkeiten Oh Schau mal Ich habe sogar Turbo-Rauch hinterlassen Wir haben drei Sterne Ich habe drei Sterne Wuhu Guck mal, fünf Bestellungen haben wir erledigt Tipps 14 Unerlegen Die Bestellung Wir haben null Null Unerledigte Da lagen aber immer noch fünf Also standen immer noch fünf Oben Da wollte ich nur Erfähnt Komm, wir waren so schnell Viel zu schnell Wir haben das Wie zu heck Ich habe ein Handgelenk Was müssen wir jetzt machen Ne, ich bin nicht bereit Warte mal, hier ist Achso, die kommen von der Straße Scheiße Ähm, du musst mir die Sachen bringen Nehme ich mal an Nein Doch Sonst kann ich die Sachen nicht machen Geh mal weg da Hallo Leute Ey, was Was machst du da Ich kann meine Arbeit Achso, ich brauche Warte mal Ich brauche aber die Kann ich das tauschen Scheiße Wieso kann ich das nicht tauschen Was machst du denn da Kannst du das nicht hin oder was Nein Ich weiß doch gar nicht Was ich machen muss Die kann mir nicht kochen Was müssen wir denn Wir sollen drei Suppen machen Oder was heißt das jetzt Ja, eine Tomatensuppe Mit drei Mit dreimal Tomate Ist doch ganz einfach Ja, aber ich kriege da noch keine drei rein Natürlich Du musst die aber erstmal häckseln Nein Ich kann das nicht nehmen Scheiße Ich kann es nicht nehmen Ja, weh Weil du kannst Du hast keinen Teller Ja, jetzt ist es verbrannt Hilfe Hilfe Weil mir ist alles angebrannt Was machst du denn da Was machst du denn da Geh doch mal weg da Ich brauche den Feuer Ich brauche den Feuerlöscher Ah, Leute Äh Was sieht das hin Wir haben das falsch Gerade ausgeliefert Irgendwie Ich habe gar nichts ausgeliefert Ich habe gerade Den Feuerlöscher benutzt So, warte mal Hä? Ist das immer noch? Hallo Wann geht das Feuer hier denn weg? Leute Sind die doof? Ich versuche da jetzt mal die Tomaten reinzumachen Kann ich nicht Ja toll Ja toll Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Das wird hier irgendwie wegnehmen oder so Ah, guck mal Du musst den abtrocknen Äh, abkühlen Kann ich nicht Achso, daneben stellen meinst du? Nee Ich kann ja aber nicht spülen Das ist immer so Da stehen Ich habe kein Thema Geht mal her Ja, den habe ich doch schon die ganze Zeit benutzt Da, mach mal Das ist so schlecht Also wir haben jetzt noch etwas unter zwei Minuten Lässt du das mal? Du musst dich um die Kunden kümmern hier Wie kann ich den ablegen? Ich kann mich nicht ablegen Ich kann mich nicht ablegen Dann habe ich zumindest eine Sache, die ich machen kann La 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 Ich habe wieder neues Geschirr Guck mal Ey Aber ich weiß nicht Wo ist der andere Topf? Och, da Das ist der Das ist kein Topf, Schatz Hallo, ich kann ihn nicht nehmen Guck mal, du nimmst einfach die linke Seite Und ich hole hier rechts einfach die Sache raus Das ist viel einfacher Also schneiden kann ich perfekt Aber den Topf kann ich nicht mehr nehmen Jetzt glaube ich Schrott Ja, aber das kann doch nicht sein, dass du die ja gar nicht mehr benutzen kannst Warte mal Wieso kann ich das hier nicht draufstellen? Du musst hinten hin Achso, weil das ein Topf ist Da Jetzt kann ich nur wieder Hä, was ist das? Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Nein Nein, ich will die Tomaten Mann, wieso nimmt der nicht die Tomaten? Ah Ah Jetzt verfummeln wir das nicht wieder Nein Ach, tu den scheiß Löcher da weg Ich habe hier keinen Platz Nimm das weg So, hier Ich habe auch keine Ahnung, was ich tue Aber dafür mach es gut Oh Nein, ich wollte dich nochmal drücken So, ich habe meine ersten Punkte gekriegt Nein, nein, nein Du hast durch die Gegend gelaufen mit dem Topf Ich war der perfekte Küchenmänner Und irgendwann hast du gesagt Ach, ich schmeiße den einfach mal weg Oh, ich habe den gereinigt, Schatz Genau Ich würde sagen, das machen wir nochmal Ich glaube, das übel nochmal, ja Diesmal bitte mit ein bisschen mehr Koordinierung Ja, du, ich gehe nach rechts und du nach links Ja, toll Ich darf die Scheiße wieder kochen Ja, ey, ich bin hier mit Tastatur und Maus Ich bin total überfordert Das ist ja voll scheiße Hallo? Achso, ich muss nochmal drücken Sag das doch Aber ich bin auf der rechten Seite Ich stehe doch schon Jaja, du sollst ja die Sachen Was passt denn jetzt? Ja, ich fange schon mal an Du bist aber Hallo, stopp Wir müssen die Zwiebeln machen Nein, achso Stimmt Scheiße Gib mir Zwiebeln Ich lasse das erstmal verkochen da hinten Ich habe dir jetzt extra die Zwiebeln dahin gelegt Nein, wir sollen auch Ah, erst dann Nein, ich tue das mal runter So lange Tut ihr die schon mal dahin? Danach sollst du Tomate machen Also danach ist es Oh, pff Danach ist es okay Ich dachte, das ist Ich muss mich jetzt hier echt konzentrieren Machen wir die Tomaten da hinten rein Äh, Teller, Teller Teller, Teller Teller Wo ist der Topfer? Teller mit drei Tomaten Geh mal weg hier Was muss ich denn hier hin? Da Achso, ich wollte die Oh, scheiße Warte, nee, wir brauchen Nein, 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 nein Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Wir brauchen Zwiebel Boah, ey Ich kann mich da gar nicht so richtig davor stellen Das ist ja scheiße Hallo, weg da So, komm Ich muss hier alles selber machen Hallo Ich bin die bis zu dir nach hinten am bringen Weißt du Und du sagst, du musst hier alles selber machen Ich hab hier vorne schon alles aufgedingst Übernimm deine Arbeit jetzt auch noch hier Warte mal Ein Teller Wo kommen die Teller? Wo kriegen wir Teller her? Die kommen da hinten direkt hier Mach die vor, das verbrennt Ich muss runterholen Scheiße Mach die jetzt, spül die doch mal endlich Boah, alles muss ich hier alleine machen, echt Da, Teller ist fertig Zackig Gib her Ja, der liegt doch da links Oh, nein Oh Äh, der eine Teller ist, glaube ich, weg Pass mal auf, da hinten brennt es gleich an Äh, das ist dem ist runter Einfach nur drunter stellen Wo ist der andere Teller hin? Der ist hier hinter irgendwo Äh, der ist doch hier vorne Hast du den da hingetragen? Nee, den hast du da hingestellt Ach, geh mal weg da Ich mach das schon Nichts kriegt der hier auf die Reihe, ehrlich Aber wir brauchen noch eine Zwiebel Ja, dann hol die Da liegen so viele Zwiebel Ich hab dir die extra alle bereitgelegt hier Weg da So, warte mal Ich muss mal eben neue Teller holen Boah, diese dämlichen Passanten hier, ne Die gehen mir so auf den Sack Die stehen immer im Weg rum Komm Was denn? Weg da Teller Komm hier nicht hin Äh, ich brauche für Zwiebelsuppe noch Teller Wo ist der andere Teller? Das war aber die falsche Bestellung Warum? Äh, ja, wo ist der andere Teller? Gute Frage Der ist jetzt weg mit der falschen Bestellung, glaube ich Ne, warte mal, hier kommt wieder einer Weg da Geht mir doch mal aus dem Weg, Jungs Äh, ich brauche die Zwiebelsuppe Kann ich die so? Nimm die, ja, die ist fertig Okay Einmal Zwiebelsuppe Nein! Lass es liegen Oh, einen Topf zu nehmen Wir brauchen aber, äh, Dingstuppe Äh, nein Achtung, ich hol Teller Hol die runter, hol die runter Hier, nimm Teller Ja, nicht nimm Teller Ich muss die erst mal sauber machen Nimm Teller So Jetzt nur noch Tomaten-Moment So, zackig Nein, wir schaffen es nicht mehr Mach die Und da rein damit Ja, aber dann haben wir noch keinen Teller Ah Der eine Teller ist dahinter gefallen Das war das Problem Wie der ist dahinter gefallen? Aber immerhin noch zwei Also wir, wir können noch mal machen Dann haben wir einen dritten Stern Aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust Das war wahrscheinlich noch einer der Einfachen Das wird auch schlimmer werden Warte mal ab Oh Gott Wer hatte die scheiß Idee, dass wir das spielen wollten? Du Nein Ja, ich hatte ursprünglich die Idee Deswegen habe ich dir das geschenkt Aber heute hattest du die Idee Da, duft, da, duft, da, duft, da, duft Ach du scheiße Mit Kanonen auf dem Boot Ja Meinst du die Mäutern, wenn die nicht genug Essen bekommen? Ja, schießt uns wahrscheinlich Da sind drei Teller Kannst du mal diesmal die Teller nicht wegschmeißen? Da, drei Teller Äh, Zwiebel, äh, äh Ich habe hier Hier Mach Ich habe da schon mal einen Teller hingestellt, ja? Ich komme nicht rüber Achso, warte mal die Teller, die brauche ich aber ja ja du machst du mal schnell die shampoos 3 erst mal ein ach so der tomaten nein du musst uns geben warte mal ich komme rum ich bin ja gerade zum ding kann ich ja auch jemand hier du musst es mir geben gibt es mir gibt mir mal tomaten ich brauche ein tomaten hier ist eine kugel kanonenkugel ich brauche eine tomate ich stehe hier die ganze zeit mit dem martin weiß ich brauche ich brauche eine tomate und du musst es machen was die besucher teller teller was braucht man jetzt und tomate stimmt gar nicht zwiebeln brauche ich zwiebeln tschuldigung hatte die ähnliche farbe das ist ja das ist ja hammer hart hier ich hätte nicht gedacht dass das so scheiße ich habe nichts zu tun mehr braucht auch mal stelle ja mach doch mal schneller mach doch selber mache ich immer selbst selber machen nein nein das ist gewährt nein ja doch nein doch andersrum woche wer da nur zurück damit tomaten und die tomate da jetzt habe ich nichts mehr zu tun doch du kannst schon mal vorbereiten spülen habe ich schon mal raus holten neuen teller was ist denn das nächste du musst machen darum gibt es mir dann gibt es die baby was brauchst du noch eine von dem von den braunen zeug zwiebeln zwiebeln müssen wir machen scheiße sag doch dass ich die erst klein machen muss ich stehe die ganze wie so ein blöd davor du musst du erst klein machen ach das sollen zwiebeln sein ja stimmen ja sagt kann man die dinge ja eigentlich nicht weg stellen womit man bearbeitet nähe das könnte man das irgendwie schon in die mitte stellen gibt mir die suppe selber machen so nein geht darauf so danach brauchen mit champignons stelle ich auch schon mal hin nein ist das wird zu spät komm 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 doch dass das schaffst du noch das schaffst du noch nehmen aber den teller hier oben dann ist das nicht so nein da schnell schnell ja habe ich noch schaffst du musst die champignons machen noch und den teller brauchen aber die wollen wir ja gar nicht die champignons was anderes doch annehmen wir wollen zwiebeln ja ich habe schon wieder vergessen dass es zwiebeln waren aber ja richtig er war schon wieder nach machst du hast das schiff abgefackelt glaube ich na ja aber immerhin zwei sterne zwei haben mich die leichten level wollte mich verabschieden ich weiß nicht ob ich das spiel jemals noch mal spielen möchte dass er stadt 1 ich weiß ja nicht wie viel zur wohnen gibt